Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mir was ganz besonderes ausgedacht und zwar werde ich in diesem Video so quasi Sound-Effekts vorspielen lassen und ihr habt dann ich würde sagen 5 bis 10 Sekunden Zeit, euch mal das so zu überlegen, welches das sein könnte und dann könnt ihr in dieser Zeit unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was das für Sounds sind, woher sie kommen. Ihr könnt natürlich auch das Video stoppen und dann ein bisschen länger überlegen und nach diesen zehn Sekunden werde ich dann quasi diese Auflösung zeigen und dann könnt ihr nachschauen, ob ihr da richtig lagt oder falsch. Genau, ich habe jetzt hier so einige herausgesucht und die werde ich euch jetzt gleich mal vorzeigen. Dann würde ich sagen, viel Spaß und viel Erfolg. Bis dann! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2021 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020